Meine Damen und Herren, unsere Comedians hier sind natürlich immer völlig unvorbereitet, im Gegensatz zu unserem Publikum hier wiederum. Das hat sich vorbereitet, das hat nämlich kleine Zettel vorbereitet. Da haben sie vor der Sendung sinnloseste Sätze draufgeschrieben. Und es gibt jetzt das schöne Zettelspiel. Und zwar, Mirja, du bist die Chefin eines Besetzungsbüros, und zwar eines Besetzungsbüros, das für die Chippendales arbeitet. Und Olli, du bewirbst dich natürlich bei den Chippendales. Das ist die gleiche Szene, komm, Mirja, das ist dein Cast-Renitz-Stuhl. Das ist mein Cast-Renitz-Stuhl. Mein Besetzungs-Stuhl. Das wäre dann, da müsstest du dann Platz nehmen. Und ihr müsst in dieser Szene all diese vielen Sätze, die ihr aus dem Publikum kommen, abarbeiten. Die müsst ihr einbauen. Komme ich noch einen, oder bin ich schon drin? Wie du möchtest, vergesst nicht, die Szene schön weiterzutreiben. Also, ich freue mich auf das Vorstellungsgespräch von unserem Chippendale-Anwärter, meine Damen und Herren. Viel Glückwunsch. Hallöchen. Ja, hallo, guten Tag, kommen Sie rein. Guten Tag, Melke mein Name. Melke? Ja. Ja. Ich komme wegen dieser Sache mit den Chippendales. Mit den Chippendales. Da würde ich ganz gerne mitmachen, wenn das geht. Ach, Sie bewerben sich um die Streibstelle, die haben wir auch ausgeschrieben. Nein, nein, ich wollte schon hier mit auf der Bühne tanzen, ausziehen, mittelalte Frauen billig machen und so weiter. Moment, 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 nicht, dass ich jetzt falsch verstehe. Sie möchten sich gerne ausziehen. Ja, natürlich. Nein, ich bin jetzt in einem sehr kritischen Alter und in einer Phase in meiner Karriere, wo ich eine Entscheidung treffen muss, wo es hingeht. Und deswegen hat mein Vater heute Morgen beim Frühstück zu mir gesagt, über die Zeitung hinweg, sagte er zu mir, das Seil ist zu kurz. Und hat er recht? Das ist, äh... Hat recht? Natürlich. Das stimmt. Wahrscheinlich auch Ihr Problem wäre, ich zeige Ihnen mal unser Modell. Aber das Seil ist auch zu kurz, wenn ich das mal ganz kurz sagen darf. Was wir ja jedem Neuen, der sich bewirbt, mit auf den Weg geben, als ersten Satz zur Überprüfung seiner eigenen Selbst ist, hast die Hose an. Und das ist das Problem, Sie haben noch eine Hose an. Ja, aber das ist ja auch nur das Bewerbungsgespräch, da muss man ja nicht die Hose... Richtig, aber es ist schon so, dass wir das Material auch sichten wollen. Diesen Satz werden Sie bereuen. Es gibt ja auch etwas Geld dafür. Moment mal, ich muss mal irgendwas telefonen. Ja, bitte? Ja, hier ist Bach aus dem Vorzimmer. Ja. Der Demotänzer für den Herrn Welke, der wäre da, der Vortänzer. Soll ich den reinlassen? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Herr Welke, es kommt jetzt zu Ihnen ein Demotänzer. Ja, hier ist es, wir sind jetzt zu Ihnen ein Demotänzer. Und das ist jetzt zu Ihnen ein Demotänzer. Das ist ja ulkig. Ja, das ist der Harald. Genauso hätte ich es auch gemacht, wenn ich es ergeben hätte. Herr Welke, es wäre jetzt für mich ganz wichtig, wenn Sie sich mit dem Harald mal eben zusammen dahin stellen würden. Harald, hallöchen. Und der Harald wird Ihnen einige Bewegungsabläufe vormachen, die Sie danach machen. Ich gebe Ihnen noch eins mit auf den Weg. Nach dem Essen sollst du rauchen oder einen Mann gebrauchen. Das wäre jetzt der Harald, Herr Welke. Harald, wir fangen mal an mit dem einen Move, den wir mal mit diesem lustigen Satz geschrieben haben. Ich bin viel größer als der Harald. Ich kann Spagat. Herr Welke, Herr Welke. Mama, Mama. Hallo. Jetzt möchte ich kurz sagen, wie das für mich war. Ja. Nimm mich gleich hier. Wenn ich mit dir schlafe, kriege ich dann dafür Payback-Punkte. Ich bedanke mich bei Steven Wilson, meine Damen und Herren. Einmal Milliarden, das ist großartig. Möchtest du noch einen haben? Ja.